Und weiter geht es mit einer wunderschönen Folge von Hellblade 2. Wir sind hier im Gebiet der Verborgenen, das verborgene Volk und die leiten uns jetzt. Ich hoffe, wir können ihnen vertrauen. Wir haben kein Licht. Was sollen wir machen? Wir haben keine andere Wahl. Alter, die sind flink. Jetzt reiß' aber. Okay, die Waffe bleibt draußen. Die sollen ja dem Licht folgen. Das war ja das gibt's auch nicht. Ich habe gedrückt, aber keine Ahnung, ob es geholfen hat. Ich habe keine Ahnung, ob es geholfen hat. Nichts verkehrt, genau. Von hier. Na super. Nein. Oh, hier ist aber Licht. Hier ist Licht. Hinter dir, pass auf. Von beiden Seiten, na klar. Hey! Die Pichers sind Pies. Oder was? Okay, ich wollte einfach draufhalten, das war... Ich wäre fast gestorben. Das war Knepperoni und... Ja. Jetzt aber. Auf einmal gehst du dich schnell durch. Davor hat sie es so gemacht. Oh nein, es ist eng. Ich komme nicht durch und jetzt auf einmal... Eine Sekunde. Warte mal, was ist das hier für ein Weg? Ja, wir haben eh keine Ahnung, weil oh, ein Licht. Hier wieder eine Fackel. Äh... Äh... Nicht reingreifen. Haben wir jetzt einen Arm raus, oder? Ich glaube, wir helfen uns damit selber, ne? Doch, mach, mach, mach es, mach es. Ich glaube, wir helfen uns damit selber. Ich glaube, wir helfen uns damit zu... Was macht den Sinn, oder? Ich glaube, wir helfen uns damit, die sich... Das hat erinnigt, was erkenntnisvoll ist. Es hat erinnigt, was er von uns damit zu tun. Er, Chef, ein Feindler... Sie hat erinnigt, was erinnigt, was erinnigt. Er, Hinni. wir haben das ja auch mit dem fackeln ganze gemacht und dann haben wir hier auch mal wieder bekommt deswegen denke ich das schwert werden wir auch wieder kriegen und meine theorie ist dass wir wie selber ist sind nicht direkt runter gesprungen da können wir nichts gegen machen Okay, sind die immer noch da, die Viecher? Ja, renn. Äh, sollen wir da mal reingehen? Ne, lieber nicht. Da hoch oder da lang? Ja. 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 Es hat ein Eis. Es kann uns riechen. Es wird dich töten. Es ist für uns. Es weiß. Es ist Morten. Ich kann es fühlen. Oh. Aber ich mag es nicht. Sie haben den Penfield-Bendran. Wer sind sie? Ganz genau. Einfach. Lass uns mal sprinten bitte. Na super. Aber die Säure. Da ist ein Gesicht, was da ganz da reinkommt. Aber wann sie weg wegen diesen Lichtern? Ich glaube ja. Oder? oder? Ich denke ja. Oh. Ich wäre fast falsch abgebogen. Das ist doch eine Falle, oder? Jetzt passiert irgendwas. Muss ich springen? Wir können das, wir können das, wir können das. Sie können das. Erinnere dich, Brie. Sehr gut, machst du das. Vielleicht haben wir es. Wunderbar. Krieg ich jetzt mal wieder mein Schwert oder so? Sometimes. She feels the darkness will never end or worse. It will get deeper and darker. Until she is crushed under it. Her last breath floating up to the sky. She will never see again. But it is over. Wow. Okay. There is a shift. An invitation. They draw her onwards. Just out of reach. But there. There. She is close now. Jetzt sind wir gleich bei ihnen. Endlich. Ich hoffe es. Oh, keine andere Wahl. Warte mal, da sind zwei Wege. This is the last trial. The hidden folk are here. Aha. And now, they have brought you to them. I have a few more questions. Have I seen a few more Fatters. ...the sword he was seeking. Kars' loom. Buried in the Grave Mound. He went to leave. But before he could reach the rope, something grabbed him from behind. And Grettir realized, the Mounddweller would not let his treasure go. The two fought ferociously, until Grettir got the advantage and chopped off the revenant's head. Ok. Dann gehen wir mal rein. Gehen wir jetzt bestimmt wieder in eine Fackel. Was geht denn da? Was ist denn das? Ich bin es. Was ist das wieder für ein... ...eklaftes Ding. Geht es gerade auf? Nee. Okay, wir sind jetzt hier, aber... Achso, warte mal, da ist auch eins. Nee, ich glaube, ich habe es zu früh gemacht, ne? Müssen wir jetzt mal was anderes machen? Achso, David. Achso, den habe ich gar nicht gesehen, den Weg. Upsi. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Und wir haben es geschafft. Und wir haben es geschafft. Aber wir haben es gelernt. Und jetzt? Du weißt, was zu tun. Du kannst alles benutzen. Du weißt, was sie von dir wollen. Du hast es so weit gemacht. Du bist so nah am Ende. Sehr gut. Sehr gut. Ist das so richtig? Ah, von hier aus auch. Okay. Okay. Sehr gut. Und jetzt einfach zurück. Ich denke mal, ja. Ich denke mal, ja. Schau. 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 Du weißt. Sie weiß, wie zu sehen. Es ist keine Chance, wie du siehst. Sie weiß, wie zu finden. Sie weiß, wie zu finden. Eine neue neue Warrior. Sie versteht uns. Schau. Nochmal aktivieren. Und wir haben es. Durch ein... Löschlein. Sehr gut. Wir sind bereit, Sana. Wir sind bereit. Wir haben ihnen alles gezeigt, was wir sind. Alles, was wir sind. Alles, was wir sind. Alles, was wir sind. Wir haben nichts mehr. Sie kann uns sehen. All die anderen Hubs, uns und wir. Warum ist sie manchmal so lahm? Sie denkt, in all the pieces, all the fragments, die sie helfen. Wir wissen, all of them. All of them. All the signs. We can see them clearly. All connected. All meaningful. Yes. She remembers... ...how it started. Almost an end. Drowning in the ocean. But we saved her. We saved you. We screamed your name till you heard us. And we fought together. We survived. You were lost in this new light. Hurt. Broken. You had no hope. Once again. We helped you. We always helped you. We helped you find courage. An unbreakable purpose. We started with a promise that holds so much power over you. You had no hope to fight with you. Yes, you had no hope to fight. You had no hope to fight with you. We're feeling well. I think we were just as strong. Honors. And we helped you. We told you to stop you. We were always helping you. Or you maybe have killed him. We saw it. Wenn du ihn verletzt hast, wirst du ihn verstehen. His goodness. Und du hast ihn. Und er hat uns geschaut. Wenn wir ihn verletzen, er wird Däugern. Sein Welt wird verletzen. Wie dein. Er muss in die Welt glauben. Er glaubt in sein Vater mehr als jemand. Wir wissen, Senre. Das ist wo die Veränderung passiert. Wir sahen. Wir sahen. Die Menschen verletzten. Sie verletzten Sie. Sie verletzten Sie. Sie sind alles. Sie sind hier. Sie kann sie fühlen. Sie spüren durch ihre Herz. Sie folgen die Schmerzen ihrer Meinung. Sie ist hier. Sie ist hier. Sie finden sie. Die Schmerzen. Sie erzählen sie. Sie erzählen sie. Sie verletzten sie. Sie verletzten sie. Sie sind langt. Erвал sie. Sie cler! Sie machen. Sie flopfen. Sie wissen es. Sie müssen dir Ich kann sie fühlen. Ich kann sie fühlen überall. Die Lost Ones. Sie sehen uns. Sie sollte niemals hier kommen. Sie können uns sehen. Was wird passieren? Es ist Zeit zu finden. Wie können wir es passieren? Es ist Zeit zu finden. Warum sind sie sie sehen? Es ist Zeit zu finden. Was sind sie waiting für? Zenwa? Was sind Sie waiting für? Ich bin hier. Es ist jemand hier. Watching. Mehr als eine. Ich weiß. Wo sind sie? Wo sind Sie? Was wollen sie? Ich bin Angst. Das ist zu viel. Was? Echt? Ja. Ich kann sie denken. Ich kann sie verag an, dass sie gibt. Sie sind schon. Sie müssen sich machen? Was wollen Sie? Sie müssen tun, was Sie wollen wir? The pool. Are you ready for what you will find here? What we will find? What if it's all for nothing? What is that? There. They are waiting. There. It's... them. It's you. What will they do to her? What will we do to us? Touch it. And feel... You're mine. Your voices. All the parts of you that are broken. You can be whole. All the grief. All the rage. All the fear. Everything I've seen, everything I've done, has led me to this place. We've come so far. Not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Senor? Those you have saved. Those you have led to death. What are you becoming? You see things differently from the others. Look. And you will see her. By her name, you will know her. Nothing is born of nothing. We will show you. Look. In the first days, the air was sweet and fresh. The ground and the sea gave up their bounty. They knew that after all their fighting, they had found somewhere to rest. Somewhere to carve out the hole. Well done. Wasn't it yet? But then Askyar screamed her fuel. When her words blotted out the sun. She covered the groom with her bitter poison. und die Himmels in Bile. Nothing could breathe through her Hagen. All their animals choked, their crops bithered in the ground, and the people were there too. The woman had to leave her home, and go in search of food. But everywhere there was nothing. Where were their gods now? All had turned their backs, the terror of hunger, and the thirst drove the people to fury. As is the way of that kind, the weak, lost world to the strong. With the weakest of all in her arms, still she searched for a haven. But the darkness from the sky leached down. The flesh-eating ones, with the awful hunger that could never be saved, it were a legion. And death, held dominion over all. New gods arose, darker, and more terrible than those before. She could not let the child live in such a world. So she brought her to a cave, where the hidden folk were set to live. Hoping they would take her child, and raise her free from the care. Free from the darkness. She had nothing to feed her now, but her rage and despair. She made a deal. I will give myself to you, Askyah. If you will give me the power to triumph in this world you have created. Take my life, and give me your death. I have to get... The giant. And the barrister is... Jürgen. Help! Help! The creatures. Help me! They come everywhere. You said it. You were from the future. It's me. It's you. I need the sword. Please, hurry. Nate can't give you the sword. I can't let them down. You need that sword. You are nothing without your sword. This is all I have. They're coming. I need the sword. Send her now. There's no time. I need the sword. Please. Hurry, take it. She survived. Survived. Without her sword. And now she has a back. Invested with her sacrifice. All her blood that might have spilled. All the death she might have died. Any sword. Any self. You, Senua. Who can see the giant's truth. Alright. Yes. Yes. All right. I'm sorry. Get it right away. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. You're right. Yes. Yes. Yes, Yes. Untertitelung. BR 2018 Ah! Ja! Ah! Oh nein. Oh nein. Oh nein. You will see how small you are. You will see how the pittiest world stamps you down. You are nothing. Do you hate me? What would you do to change? What would you do to survive? You cannot kill the giants. Secrets fester in their darkness. Oh. 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 Help me! El Toiga's baby Oh On the broach El Toiga's real name Ingun Her name Ingun We all have names given Or chosen We change them Charge them Invest them with meaning Names torn away leave us raw And bleeding Bruteless Selfless All the names that were lost She will fight and hold She knows her name now Ingun She knows her Hmm 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 That's Is Your Schwachstelle Leute Ich hab jetzt ein Skillet Baby auf dem Arm Leute Ich würde sagen Bewerten Und Bis zur nächsten Folge wieder Ciao Noooo !" Vielen Dank.